Body & Balance präsentiert das Winter-Wellness-Wochenende vom 7. zum 9. Januar. Beginne das neue Jahr mit einem erholsamen und zugleich energetischen Wochenend-Retreat, begleitet von Body & Balance beliebtesten Wellness-Experten. Das Wochenende findet im modernen Radisson Hotel London in der Nähe von Heathrow statt. Erlebe drei Tage und zwei Übernachtungen mit den neuesten Workshops, Übungen und Vorträgen. Treffe Gleichgesinnte in stimulierenden Yoga-Klassen und Pilates-Workouts. Sogar Bauchtanz wird unterrichtet. Dies ist deine Chance, 2011 fit und ausgewogen zu starten. Mehr Informationen auf bodyandbalance.tv Dein Body & Balance Winter-Wellness-Wochenende vom 7. zum 9. Januar beinhaltet zwei Übernachtungen, Frühstück inklusive, Goodie-Bag, gesunde Mahlzeiten, drei Yoga- und eine Pilates-Klasse, einen zweistündigen Ernährungsworkshop sowie zahlreiche Spezialangebote. Besuche unsere Webseite für weitere Informationen auf bodyandbalance.tv Treffe einige von Body & Balance bekanntesten Talenten wie Lea Pracknell, die beliebte englische Schauspielerin und Yoga-Lehrerin. Tara Lee, bekannt durch ihre einzigartigen Geburts- und Nachtbereitungs-Yoga-Klassen. Dale Pinnock, medizinischer Herbalist und Ernährungsberater. Charlie Sales, Erfinder von Yoga-Rhythm, einer dynamischen Mischung aus Yoga und Tanz. So wie Samsara, Englands bekannteste Bauchtanzlehrerin. Und Caroline Sondry, die Personal Pilates-Trainerin der Stars. Das Radisson Heathrow Hotel ist leicht zu erreichen für europäische und englische Gäste. Die geräumigen und gemütlichen Gästezimmer garantieren eine komfortable, erholsame Nacht nach einem stimulierenden Tag. Während deines Aufenthalts wirst du mit frischem Kokonusswasser verwöhnt und kannst eine individuelle ayurvedische Behandlung buchen, die deinen Doschatyp bestimmt und eine luxuriöse Gesichtsbehandlung beinhaltet. Verpasse nicht diese einmalige Gelegenheit, 2011 mit diesem einzigartigen Body-in-Balance-Winterwochenende zu beginnen. Mehr Informationen zur Buchung unter bodyinbalance.tv Aufenthalts-Winterwochenende